Angekündigt und zu ahnen war es schon lange, jetzt ist es beschlossene Sache. Die EU will eine eigene Satellitenkonstellation aufbauen. Warum das gleichermaßen für Freude und Frust sorgt, klären wir jetzt. This is historic. Mit diesen Worten kündigte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton die Entscheidung der Europäischen Kommission an, eine eigene Satellitenkonstellation zur Kommunikation aufbauen zu wollen. Getauft wurde sie auf den Namen Irishoch II, die Abkürzung für Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites. 2027 soll sie voll einsatzfähig sein und insgesamt 6 Milliarden Euro kosten, wovon die EU 2,4 Milliarden übernehmen will. Die formelle Bestätigung vom EU-Parlament und den Mitgliedstaaten steht noch aus. Gilt aber als reine Formsache. An dieser Stelle könnte dieses Video enden, wären da nicht die wirtschaftlich und politisch relevanten Aspekte. Denn für die restlichen 3,6 Milliarden Euro zum Aufbau von Irishoch II sollen nach Willen der Europäischen Kommission, ESA und Privatwirtschaft aufkommen. Und genau hier entzündet sich eine Debatte um die Umsetzung des Vorabens. Um zu verstehen, warum, zerlegen wir den Namen Irishoch II Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites mal in seine Bestandteile und schauen uns die einzelnen Punkte genauer an. Stichwort Resilienz. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Psychologie und mit ihr bezeichnet man die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Eines der bekanntesten Konzepte stützt sich auf sieben Säulen, auf denen diese Widerstandskraft beruht. Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung, Verlassen der Opferrolle, ein Erfolgsnetzwerk, positive Zukunftsplanung und Selbstreflexion. In der Soziologie hingegen bezeichnet man damit die Fähigkeit von Gesellschaften, externe Störungen zu verkraften, ohne dass sich ihre wesentlichen Systemfunktionen ändern. Wer das nicht kann, ist nicht resilient oder anders gesagt, ist vulnerable, also verwundbar oder verletzlich. Laut Lexikon der Entwicklungszusammenarbeit des BMZ zählen zu den besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppen Frauen, Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderung, Menschen auf der Flucht, LGBTQ sowie ethnische und religiöse Minderheiten. Kommen wir zurück zur Raumfahrtanwendung und Technik. Denn auch wenn man es auf den ersten Blick nicht unbedingt vor Augen hat, ist diese eine wichtige Säule der Resilienz von Gesellschaften. Machen wir es mal an einem konkreten Beispiel greifbar. Eine der wohl größten externen Störungen, die die Menschheit verkraften muss, ist der Klimawandel. Den kann man leugnen, den kann man ignorieren oder versuchen, ihn auszusitzen. Was man nicht kann, ist, sich ihm zu entziehen. Ihn zu entstoppen oder wenigstens abzumildern, scheint zudem ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Was man auch am Ergebnis der UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh sieht. Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel? Ja, Entschädigungszahlung für besonders betroffene Länder. Ja, Abschied von Öl und Gas. Nein. Die Folgen der Erderwärmung sind bereits heute und auch bei uns sichtbar. Die seit 2018 andauernde Dürre, verherrte Waldbrände und nicht zuletzt die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021. Ob diese hätte vermieden werden können? Darüber wird noch gestritten. Als sicher gilt jedoch, dass die politische Ebene eine Mitverantwortung trägt. Als Helfer in der Not erwies sich damals Elon Musk, denn dank Starlink konnte nach der Zerstörung der Infrastruktur zumindest teilweise die Kommunikation wiederhergestellt werden. Damit sind wir auch schon bei einem seit Februar 2022 aktuellen Thema. Dem ungerechtfertigten Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit Monaten tyrannisiert der russische Präsident Wladimir Putin den Staat im Osten Europas. Mehr oder minder erfolglos, wie sich zeigt. Denn seit einigen Wochen gelten russische Angriffe nicht militärischen Zielen, sondern Einrichtungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Wärme und Wasser. Dass die Ukraine dennoch so lange so widerstandsfähig ist, verdankt sie auch der Unterstützung westlicher Staaten, die nicht nur mit militärischer Technik aushelfen, sondern auch mit Satellitendaten zur Aufklärung. Davon abgesehen sprang Elon Musk auch hier wieder in die Bresche und ermöglichte mit Starlink die Kommunikation. Dafür kaufte eine britische Firma Starlink Terminals und stellte sie der Ukraine zur Verfügung. Von den rund 25.000 Stück waren etwa 4.000 an der Front im Einsatz. Mitte Oktober gab es dann Meldung darüber, dass SpaceX die Kosten für den Betrieb nicht länger übernehmen wolle und dass Pentagon aufgefordert wurde, dies zu übernehmen. Das Pentagon lehnte ab, der Vorgang wurde öffentlich, SpaceX schien klein beizugeben. Anschließend wurde der Ball nach Großbritannien gespielt, doch auch hier wollte niemand zahlen. Und es kam, wie es kommen musste. CNN berichtete unter Berufung auf Insider, dass seit 24. Oktober mindestens 1300 Empfangsterminals wegen fehlender Bezahlung abgeschaltet worden seien. Wir sprechen hier übrigens von rund 20 Millionen Dollar, die bis September angefallen sein sollen. Plus nochmal etwa 3 Millionen für Oktober. Zum Vergleich, Bundeskanzler Olaf Scholz versprach in seiner Zeitenwender Rede, ein 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen Bundeswehr einzurichten. Warum erzähle ich das? Weil, ob man das nun will oder nicht, Raumfahrt auch immer eine politische Dimension hat. Unter dem Gesichtspunkt der Resilienz sogar eine bedeutende. Denn wie man am Beispiel Starlink sehen kann, können Raumfahrttechnik und Anwendung unmittelbar wirksame Hilfsmittel im Umgang mit Krisen sein. Aber damit stellt sich auch die Frage, wer dafür Verantwortung tragen sollte, dass sie verfügbar und einsatzbereit ist. Dass SpaceX für die Nutzung seiner Technologie Geld verlangt, ist aus wirtschaftlicher Sicht vollkommen nachvollziehbar. Und dass es keine plausible Begründung dafür gibt, Elon Musk oder eines seiner Unternehmen dazu zu verpflichten, die anfallenden Kosten allein zu übernehmen, ebenso. Denn, das noch kurz als Randnotiz, dass es SpaceX und Starlink überhaupt gibt, ist in erster Linie der unternehmerischen Risikobereitschaft von Elon Musk zu verdanken. Nicht weniger wichtig ist der Punkt von Abhängigkeiten. Wir als Gesellschaft sollten, wenn nicht gar müssen, uns die Frage stellen, ob wir uns von privatwirtschaftlichen Unternehmen abhängig machen wollen. Lauter die Antwort ja, dann haben wir auch die Konsequenzen zu tragen und beispielsweise Rechnungen für die Nutzung von Starlink-Terminals zu bezahlen. Lauter die Antwort nein, sollten wir Alternativen finden. Und eine solche soll Iris 2 sein. Eine Satellitenkonstellation aus und in europäischer Hand. Ob das zwingend eine Konkurrenz zu Starlink ist und als solche verstanden werden sollte? Wohl kaum, betont auch Thierry Breton in seiner auch auf LinkedIn veröffentlichten Erklärung. Darin heißt es unter anderem, Iris 2 wird eine Konstellation sein, die sich auf staatliche Dienste einschließlich Verteidigungsanwendung konzentriert. Stichwort Interconnection bzw. Interconnectivität. Auch das ist eine Bezeichnung, die man immer wieder hört, die ja nicht zwingend selbsterklärend ist. Machen wir es kurz. Damit ist die Zusammenschaltung mehrerer unabhängiger Netze gemeint. Schon bestehende Beispiele aus der Praxis sind unter anderem Telefon- oder Stromnetze. Angesichts der Tatsache, dass es im Erdorbit nicht unendlich viel Platz für sinnvolle Umlaufbahnen gibt, sind clevere Lösungen gefragt. Eine davon ist, bereits bestehende Strukturen zu nutzen und so unnötige Redundanzen zu vermeiden. Breton schreibt dazu Folgendes. Iris 2 wird eine Konstellation mit mehreren Umlaufbahnen sein, die Synergien mit unseren bestehenden Konstellationen Galileo und Kopernikus schaffen kann. Ziel ist es, die Gefahr einer Überfüllung des Weltraums zu verringern. Zudem sollen sich die Satelliten in polaren Orbits bewegen, also in Nord-Süd-Richtung. Damit vermeidet man einerseits, dass bestimmte Regionen, zum Beispiel weit im Norden oder Süden, nicht überflogen werden. Andererseits sind damit sonnensynchrone Orbits möglich, wodurch ein Satellit immer zur selben Zeit am selben Ort ist. Und das wiederum ist wichtig für Kommunikations- und Beobachtungsanwendungen. Stichwort Security. Hier kommen wir um mein Buzzword nicht herum. Kritische Infrastrukturen. Immer wieder ist davon die Rede und auch ich komme hier kurz darauf zu sprechen. Die erste Frage lautet natürlich, wie man diese definiert. Dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BB kagt nach so. Kritische Infrastrukturen sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden. Das klingt zwar etwas bedrohlich, aber immer noch abstrakt. Ein Blick ins Detail verrät da schon mehr. Bereits 2011 wurden die kritischen Infrastrukturen von Bund und Ländern einheitlich in neun Sektoren eingeteilt. 2021 kam ein weiterer hinzu. Damit gibt es jetzt folgende zehn. Energie, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, Gesundheit, Informationstechnik und Telekommunikation, Siedlungsabfallentsorgung, Medien und Kultur, Staat und Verwaltung, Transport und Verkehr sowie Wasser. In diesen Sektoren bzw. Branchen werden kritische Dienstleistungen erbracht. Würden diese wegfallen, könnte es zu Versorgungsengpässen oder Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit kommen. Dass das keineswegs apokalyptische Hirngespinste oder gar Panikmache ist, zeigt sich ja aktuell leider sehr, sehr deutlich. Ihr fragt euch, was das jetzt aber mit Raumfahrt zu tun hat? Ganz einfach. Im Sektor Transport und Verkehr ist sie explizit als Satelliten-Navigationssysteme und satellitengestützte Positions-, Navigations- und Zeit- sowie meteorologische Dienste aufgeführt. Und natürlich gibt es auch Schnittmengen zu anderen Sektoren wie beispielsweise Informationstechnik und Telekommunikation, Medien und Kultur oder Finanz- und Versicherungswesen. Fakt ist jedoch, dass Satelliten und Satellitenkonstellationen zur kritischen Infrastruktur gehören und damit als physisches Objekt besonders schützenswert sind. Aber auch die Daten, die durch Satelliten erhoben und oder von ihnen transportiert werden, bedürfen besonderer Absicherung. Denn schließlich würde sicherlich niemand von uns wollen, dass unsere Gespräche von jeder x-beliebigen Person mitgehört oder Chats mitgelesen werden können. Noch viel empfindlicher sind Geheimdienste oder das Militär, die ihre Informationen und Erkenntnisse natürlich bestmöglich schützen wollen. Und das sogar so sehr, dass zum Beispiel das Aussetzen geheimer Nutzlasten im Verborgenen passiert und etwa bei SpaceX auch nicht im Stream gezeigt wird. Damit zurück zu Iris II und der eingangs erwähnten Debatte. Breton zufolge wird die Konstellation auf dem neuesten Stand der Technik sein, die Europa einen Vorsprung verschafft, zum Beispiel bei der Quantenverschlüsselung. Es wird also ein Innovationsvektor sein, schrieb er. Außerdem wird Iris II eine, Zitat, neue Weltraumkonstellation nach europäischem Vorbild sein, in die das Know-how der großen europäischen Raumfahrtunternehmen einfließt, aber auch die Dynamik unserer Startups, die 30% der Infrastruktur aufbauen werden. Zitat Ende. Bestes und wohl bekanntestes Beispiel ist die Micro Launcher Competition, in dessen Rahmen bis zu 25 Millionen Euro Fördergeld vergeben wurden. Kurz zur Erinnerung. Am Wettbewerb teilnehmen konnten deutsche Startups, die, Zitat, Transportdienstleistungen von der Erde in den Orbit, in Klammern Earth to Orbit, auf Basis eines selbstentwickelten Micro Launchers anbieten. Voraussetzung war außerdem die Bereitschaft, auf den Erstflügen von der Deutschen Raumfahrtagentur ausgewählte Nutzlasten kostenfrei mitzunehmen. Die Competition gliederte sich in drei Phasen, wobei in der ersten High Impulse Isar Aerospace und die Rocket Factory Augsburg je 500.000 Euro erhalten haben. In Phase 2 erhielt Isar Aerospace noch einmal 11 Millionen Euro Fördergelder. In Phase 3 gab es den gleichen Betrag dann für RFA. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was bei Isar Aerospace und RFA passiert ist, dann klingt das doch sehr überzeugend. Denn die Entwicklung der Launcher geht ordentlich voran. Die Unternehmen wachsen exponentiell und Isar Aerospace gilt mittlerweile sogar als bestfinanziertes New Space Startup Europas, weil auch private Investoren eingestiegen sind. Außerdem wurden bereits zahlreiche Absichtserklärungen zum Transport von Nutzlasten unterzeichnet. Wichtig dabei ist, dass Micro Launcher, wie der Name schon verrät, in erster Linie zum Transport kleinerer Nutzlasten gedacht sind. Auf der anderen Seite gibt es die Ariane 6, die maßgeblich unter der Federführung der Ariane Group entwickelt wird. Geplante Kosten 3 Milliarden Euro. Aktueller Stand 4 Milliarden. Erstflug geplant für Ende 2020. Aktueller Stand nicht für Ende 2023. Potenzielle kommerzielle Kunden via Sat und Amazon. Das Problem der Ariane 6, sie ist eine Schwerlastrakete, die wie aus einer anderen Zeit wirkt. Es wird ohne Zweifel Missionen geben, für die sie unverzichtbar ist. Aber eine Cashcore wird sie wohl nicht werden. Und genau deshalb hat die Entscheidung der Europäischen Kommission, 70% der Aufträge zum Aufbau von Iris Hoch 2 an große europäische Raumfahrtunternehmen zu vergeben, einen bitteren Beigeschmack. Es könnte nämlich eine gar nicht mal so schlecht getarnte Subventionshilfe für ein vor allem französisches Prestigeprojekt werden. Und das betrifft nicht nur Raketen, sondern auch die Satelliten. Was Breton außerdem nicht erläutert, ist, wie er Startup definiert. Ist dafür der Umsatz entscheidend oder die Anzahl der Mitarbeitenden oder das Alter des Unternehmens? Viele Fragezeichen, die nicht aufgelöst werden. Wie es mit Iris Hoch 2 weitergeht, wird sich daher wohl erst in den konkreten Ausschreibungen zeigen. Es bleibt zu hoffen, dass darin nicht wieder junge, innovative Unternehmen ausgeschlossen werden, von denen es in ganz Europa und vor allem in Deutschland jede Menge gibt und die die Kommerzialisierung der Raumfahrt maßgeblich vorantreiben. Das erfordert natürlich auch auf Seiten der ESA ein Umdenken. Aber der derzeitige Generaldirektor Josef Aschbacher ist ja mittlerweile bekannt dafür, die Europäische Raumfahrtagentur dahingehend umzugestalten. Auf der ESA-Ministerratskonferenz in Paris hat er schon mal eine Hausnummer genannt, die für eine konkurrenzfähige und unabhängige ESA erforderlich ist. Für die kommenden drei Jahre festhalten mehr als 18 Milliarden Euro, also rund 25 Prozent mehr als zuletzt. Da für dieses Budget alle ESA-Mitgliedstaaten aufkommen müssen, sind nationale oder institutionelle Alleingänge natürlich kontraproduktiv. Letzten Endes wird aber sowohl in der Raumfahrt als auch in der Politik nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Unterschiedliche Positionen zu haben ist ganz normal und nationale Interessen sind Teil der Verhandlungsmasse. Schwierig wird es, wenn sie gemeinsame, in dem Fall also europäische, Vorhaben bremsen oder gar blockieren. Genau das haben die Meinungsverschiedenheiten zwischen Deutschland und Frankreich in der Vergangenheit immer wieder getan. Doch zur großen Überraschung lenkte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire zu Beginn des Ministertreffens ein und sagte, Frankreich und Deutschland müssen zusammenstehen. Natürlich haben wir unterschiedliche Ansichten, aber diese Unterschiede müssen uns antreiben. Gemeinsame europäische Positionen zu finden. Die Wogen könnten sich außerdem glätten, weil Deutschland, Italien und auch Frankreich nun ein Abkommen unterzeichnet haben, das die Förderung von Micro-Launchern beinhaltet. Und vielleicht ist ja das die eigentlich historische Ankündigung. Warum Bretons Mitteilung vorab nicht für uneingeschränkten Jubel, sondern auch Kritik gesorgt hat, sollte euch dieses Video zeigen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gern ein Like da. Wenn ihr keine News mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Denn ich bleibe weiterhin für euch dran und halte euch auf dem aktuellen Stand. Wenn ihr mir bei meiner Arbeit unter die Arme greifen wollt, dann macht das gern als Patron. Und vielen Dank an alle, die das schon tun. Weitere News findet ihr auch immer auf astrotrom.com bei LinkedIn, Twitter und Instagram. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig. Euer Micha. Wat bin ich neben mir hier? Ich sehe, wenn ihr euch?」 Ja.